Hallo, mein Name ist Fabian Grenzer von support.net und ich zeige euch heute mal, wie man die Standardsuche im Adressfeld des Firefox umstellen kann. Was damit gemeint ist, zeige ich euch mal kurz. Wenn man hier nämlich draufklickt und sucht zum Beispiel nach Computer Forum, dann bekommt man die Google-Seite. Wenn man das gleiche hier macht, in der Adresszeile, kommt jetzt plötzlich die Yahoo-Suche. Wann das bei mir passiert ist, weiß ich nicht. Normalerweise ist dort auch die Google-Suche eingestellt und ich habe natürlich gedacht, okay, Yahoo ist jetzt nicht so meine präferierte Suchmaschine und will das wieder zurückstellen auf Google. Das geht relativ einfach. Man gibt hier oben About Config ein. Dann sucht man hier in den Konfigurationseinstellungen des Firefox nach Givert und dann hat man hier schon den Bösewicht. Wie gesagt, das ist einmal hier die Einstellung dafür. Das hier ist wieder eine andere Einstellung hier mit Google, mit der Google-Suche. Aber hier sieht man schon, okay, da ist Yahoo eingestellt. Das will ich nicht mehr. Um das jetzt zu ändern, klicke ich hier einfach doppelt drauf und könnte hier jetzt den Eintrag ändern. Das habe ich schon mal gemacht. Aber wie kommt man zu diesem Eintrag? Wir suchen jetzt hier einfach in der normalen Standardsuche hier rechts, in diesem Such-Plugin, nach Computer Forum. Und dabei fällt mir gleich auf, dann nimmt man nämlich hier einfach den Anfang bis zu dem ersten Gleichheitszeichen mit dem Gleichheitszeichen. Dabei fällt mir aber schon auf, dass hier Google.com eingestellt ist. Das könnte man auch mal ändern. So, ich kopiere das mit Ctrl-C oder auch mit der Maus kann man das kopieren. Rechte Maustaste kopieren. Und jetzt klicke ich hier doppelt auf den Eintrag und dann kann ich den hier schon ändern. Ich kann jetzt entweder Ctrl-V machen oder ich lösche das erst mal, aber jetzt kann ich hier einfügen machen. So, dann mache ich hier noch eine kleine Änderung, weil ich möchte ja nicht in Google.com suchen, sondern DE. Das ändere ich jetzt einfach hier und sage okay. Ab da wird jetzt hier gesucht, wenn ich nach Computerforumsuche. Sieht man, es wird in der deutschen Google-Suche nach Computerforum gesucht und hier findet man auch wieder das Supportnet. Ja, das war es schon. Leichte Lösung eines Problems, was mich schon länger geärgert hat. Ich hoffe, euch hilft das auch weiter.